Also derjenige, der diese Preise gemacht hat, vom Schnitt her ist ja so ganz nett, aber come on, Alter, bitte. Ist irgendwie an uns vorbeigekommen, ihr habt mich im Übrigen auch nicht drauf aufmerksam gemacht, und zwar Prinz Markus hat ein Statement zu seinen Fake-Uhren rausgelassen, zeigt uns auch Uhren. Ich habe das Video mit euch nicht angesehen, es ist schon was älter, wundert mich eigentlich, normalerweise bekomme ich sowas mit. Ist an mir vorbeigegangen und ich würde mal sagen, wir schauen uns das Video an, wo er seine Uhren und seine gefälschten Uhren, glaube ich, vorstellt. Guten Abend, ich habe in letzter Zeit sehr viele Anfragen bekommen von meinen Fans, ich sollte doch mal bitte meine Schmuck- und Uhrensammlung zeigen. Und deswegen habe ich das hier mal für euch vorbereitet, ich bin hier zu Hause in Dubai, in meinem Häuschen und habe sehr viel Zeit. Und deswegen kann ich jetzt mal eine Uhren-Modenshow für euch machen und erkläre mal, was es mit den Uhren so auf sich hat, welche Modelle ich habe und vielleicht auch noch die eine oder andere Geschichte zu der Uhr, warum ich die gekauft habe und so weiter. Hier hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, hier, die sind halt nicht echt, aber ja, irgendwie würde ich dazu erst später auch sagen. Beispielsweise bei den Uhren jetzt, gerade bei der Nautilus-Serie, ist jetzt, warum er hier jetzt verklebte, wundert mich jetzt ein bisschen, aber vielleicht nicht, dass er sich die von seinem Freund irgendwie ausgeliehen hat, von seinem Juwelierfreund. Das sind jetzt zwei verklebte Modelle, das ist eine alte in Weißgold, die gucken wir weiter. Day-Date, Iced-Out, Alinghi oben links, hier da unten rechts, das war ja auch die, wo der Aufkleber noch drauf war. Verklebt ist Mehrwert, ja, ja, aber ich wüsste jetzt nicht, was er mit einer verklebten Uhr, also verstehe ich jetzt nicht. Ich fange aber jetzt mal mit meinem Schmuck an und der Schmuck sieht folgendermaßen aus. Ich habe ja Prinzenuniformen und diese Prinzenuniformen braucht man dann so eine Scherpe und dass die Scherpe steif bleibt, hängt man unten so einen Stern hin, dann hängt man sich das so um und dann hängt da der Stern. Okay. Und ich habe noch ganz andere solche Bruststerne für die Prinzenuniformen und Orden, die habe ich mir damals alle machen lassen, weil ich hätte auch welche Original gekriegt vom Papa, aber die wollte ich nicht, weil die sind alle aus Blech. Und meine, das ist ja das Weißgold mit echten Diamanten und Perlmuttlack, und die habe ich mir damals machen lassen. Perlmuttlack, also ich denke mal, er meint Emalie, was halt gebrannt wird. 61.000 Euro finde ich jetzt für so eine Brosche extrem viel, aber wir haben jetzt auch kein Close-Up gesehen, waren jetzt vielleicht große Steine, aber das wäre jetzt schon sehr viel Geld. Weil ich keine Blechorden tragen wollte und Blechpruststerne, deswegen habe ich den ganzen Arsch voll von echtgoldinnen. Die sind ein bisschen schwerer, aber dafür sind sie halt auch was wert. Das hier ist mein Anhänger aus meiner Zeit, als ich noch im Rotlichten, wie ich tätig war, da war ich der Joker. Ah, okay. Das war früher so wichtig, dass man schwere Goldketten hat und Fetty Rolex-Uhr und Armbänder und so weiter. Das stammt also noch aus der alten Zeit und ist ein Souvenir für mich, das ist auch Platin, wiegt 300 Gramm ist. Oh, okay. Interessant, das ist natürlich aus Platin zu fertigen, sehr ungewöhnlich. Also normalerweise, weil das Material auch eine ganz komische Eigenschaft hat. Ungewöhnlich, dass er Platin gewählt hat, aber interessant. Marc, gibt es keine Eisautuhren in deinem Shop? Wird da noch was gemacht? Doch, wir haben zur Zeit, glaube ich, zwei oder drei. Also es sind auf jeden Fall Eisautuhren im Shop. Doch, doch, klar. Sauschwer, sauschwer. Und gebe ich aber nicht her. Hat Rubine in den Augen. So wurde ich damals gemalt, als es erst in meinem Gefängnis war, hat ein Zellenkollege mich gemalt und hat gesagt, dass ich immer so lache wie der Joker, aber auch so einen Blick habe wie der Teufel. Und dann hat er mich da gemalt und das habe ich damals dann auch auf mein Boot lackieren lassen in Miami, als ich da wohnte. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Erinnerung. Gebe ich niemals her. Das ist die anhaltinische Regierungskette. Auch schön mit E-Mail gemacht, wenn man es da so hinschampelt. Aber natürlich echt Gold. Und die tut der Regierende, der Familie, hängt die sich so um die Uniform. Und dann sieht das so aus. So ein bisschen nach hinten. In der Uniform gibt es extra was, wo man das festmachen kann. Und dann hat man das so. Und wer, der diese Kette trägt, das ist das Familienoberhaupt und das ist der Regierende. Ist eigentlich, also mit Sicherheit handwerklich. Erzählt eine schöne Geschichte, ne? Weil ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich brauche nicht mehr gern der Regierende. So, dann haben wir natürlich noch... Achtung, das ist verkratzt. So. Dann haben wir natürlich noch andere Sachen. Nehme ich hier unser Familienwappen. Einmal in Weißgold. Das habe ich in Frederik auch machen lassen. Und der Oliver hat eins. Und der Prinz Michael hat eins. Die ganze Familie hier hat zwei eins. 45.000 Euro, ey. Also ich sag mal, da sind die, da sind die, da sind die, da sind die Kunden bei mir immer ein bisschen, also was Preise angeht. Also das ist schon sehr viel Geld, selbst wenn es massiv ist. Das ist sehr viel Geld. Glaubst du, dass es alles seine sind? Also das mit den Uhren werden wir gleich, der Sache werden wir gleich auf den Grund gehen. Aber wir können natürlich nur Mut maßen. Und wenn er sagt, das sind seine Uhren, dann müssen wir eben zunächst einmal glauben. Auch wenn die Geschichte eventuell nicht wahr ist. Und dann, je nachdem, was man so anhört, haben wir das gleiche nochmal in Gelbgold. Dazu gab es dann immer die passenden Ringe. Dann haben wir in Weißgold, dann haben wir in Gelbgold. Mit Krönchen, ne? Also Gelbgold. Bro. Weißgold. Was? Brau. Hä? Also wenn ein Ring 45.000 Euro, also, okay, wir lassen es einfach mal so stehen. Die Preise können wir nicht überprüfen. Ich sage nur aus meiner Meinung, selbst wenn es alles 3D-Mold, alles gemacht wird, also selbst made in Germany, also das halte ich für sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Weil wir ja Prinzen sind, brauchen wir so ein Zeugs. Ja, hat immer sehr viel Spaß gemacht. Habe ich angehabt bei den Cremis, bei den Oscars, immer habe ich so ein Zeugs angehabt. Also, immer so auffallen, auffallen war alles. Ist es ja immer noch. Dann habe ich... Aber schön sind die Sachen, kann man, also, wenn es zu ihm passt. Komplett mit dem anderen ausgefasst. Hinten ist das Löcher drin, dass man sich besser bricht. Das ist wunderschön. Habe ich mal von einem gekriegt, der mir Geld geschuldet hat. Habe ich ihm das Kreuz wegnehmen müssen, weil ich nicht zahlen konnte. Besser als nichts, ne? Aber dann bin ich wenigstens günstig an das Kreuz gekommen. Und das behalte ich auch. Dann habe ich hier noch eines für sportlichere Anlässe mit schwarzen Diamanten. Schwarzen Diamanten hinten auch offen, dass das Licht besser sich bricht. In den Diamanten fliegt dann nie mehr. Also man macht es tendenziell hinten halt. Also das Licht bricht, also das ist... Man macht es eigentlich hinten als Gitter, damit es nicht so schwer ist. Und man spart halt Material, ne? Also, dass das Licht sich besser bricht. Also, die Steine brechen ja als solches das Licht. Hier habe ich noch einen Cartier-Ring. Ja, den fand ich immer lustig. Sehr, sehr groß, sehr, sehr brotzig. Ja. Kostet 90.000 Euro. Habe ich mir irgendwann mal im Anflug von Größenwaren gekauft, der bei mir öfters mal stattfindet. Und ja, kann man nicht mehr verkaufen. So etwas kauft keiner. Außer so verrückte Leute wie ich. Und da gibt es nicht so viele. Also behalte ich das. Dann habe ich hier noch einen schönen Ring. Vielleicht von Tiffany. Der dreht sich in der Mitte. Ein Tiffany-Ring. Habe ich das Armband dazu. Das liegt aber noch im Selbstmord. Das wollte ich noch holen. Und dann habe ich noch meinen E-Ring. Mein E-Ring. Passt schon fast gar nicht mehr. Das war mein E-Ring, wo ich die Lisa geheiratet habe. Auch wunderschöne Zeit gewesen. Werde ich auch nie hergeben. E-Ring gab mir, ich verkaufe nicht. Dann haben wir meine Schettenknöpfel in Tränchen natürlich. Wunder, Gelb und Weiß, Gold. Ja, ist ganz... Und dann kommen wir mal zu den Uhren. Da habe ich noch eine Familie. Da sind die Pflichten und die Pflichten anhängen. Ah, okay. Das war für alles gewappnet. Dann haben wir hier... Die Alingi. Die Alingi. War im Übrigen, als sie damals rausgekommen ist, ist halt für ein Yacht-Team. Und die wurde sehr stark über dem Listenpreis gehandelt. So für das Doppelte sogar. Also tatsächlich, wenn er sie am Anfang gekauft hat, so 45.000 Euro kann hingekommen sein. Heute ist die Uhr natürlich um ein Vielfaches weniger wert. Und ich würde mal so sagen, unverkäuflich. Wir können gerade mal reingehen. Was hat er jetzt als Wert? Also... So... Das ist die Carbon Alingi. Ich glaube 25... Oh ja. Also... Ich weiß, seine ist mit Sicherheit noch viel, viel besser. Aber... Also die Uhr... Also wenn man... Also ihr seht ja, die Uhr wird aktuell verkauft. Sagen wir mal... Lassen wir mal die ersten weg. Sagen wir mal 16... Also sagen wir mal unter 20... Für 18.000 Euro kriegt man eine Alingi von Odemar BG. Sehr, sehr schöne Uhr. Hat eine Countdown-Funktion. Das heißt, hier innen drin zählt die Uhr rückwärts. Und das benutzt man halt im Yachtsport. Wenn man... Man kann das Boot ja nicht anhalten. Das heißt, das Boot fährt hier vor dem Start immer rum. Und alle Teammitglieder drücken dann den Start-Button, weil sie wissen, in 10 Minuten halt müssen wir genau durch dieses Tor fahren. Und so genau ist dann Daffys die Komplikation. Olimar Piquet. Ich mag Olimar Piquet. Das ist auch eine Alingi. Habe ich zwei. Ich weiß nicht warum. Aber ist halt... Ne, ist keine Alingi. Ist gut gemeint. Aber das ist eine normale Carbon aus der 44... Also im 44mm. Also da... Ich glaube... Ich glaube mit den Preisen. Das hat vielleicht auch derjenige gemacht, der das Video geschnitten hat. So, das ist halt ja ein Carbon-Gehäuse und die Keramik-Lionette. Also... Ne, also hier hat gerade jemand im Chat geschrieben, ob man da ruhig schlafen kann. Guck mal, in Dubai ist ja Null-Toleranz. Also es gibt für Diebstähle oder alles Null-Toleranz. Das heißt, du brauchst dir da hingegen keine Sorgen zu machen. Also du kannst bedenkenlos Geld, Uhren, alles zu Hause haben. Da wird nichts passieren. Also die Leute, die dort arbeiten... Generell in Dubai ist es so, du hast immer Aufenthaltsgenehmigungen, okay? Und die müssen auch wieder erneuert werden. Und jederzeit kann die Regierung sagen, hasta la vista. Ne, das ist mit Katar auch passiert und sowas. Von daher, die sind da sehr genau... Und gerade Thema Diebstahl. Selbst wenn du im Auto ein Handy vergisst, dann wirst du es wiederbekommen. Ganz sicher. Mit Carbon-Lionette, die andere ist eine Keramik-Lionette. Dann haben wir hier die... Summertime. Das ist die Ottomar Piquet Biblos. Und die gibt es auch, ich glaube nur 50 Mal. Und der Punkt ist, dass diese Biblos-Uhr sehr gefragt ist. Und der, der mir die verkauft hat, der hat zu mir gesagt, das wäre eine Biblos. Und dann habe ich auch feststellen müssen... Ich wäre mir jetzt nett zu wissen, ob das ein Kollege aus München war. Hat das etwa einer aus München gesagt? Also es war damals mit der Uhr so, dass AP hat in einer Sommersaison, ich glaube 2017 war das, diese Uhr released, okay? In voll Roségold. Und dann hat der Club Biblos in Saint-Tropez gesagt, ey Mann, komm, wir nehmen 50 Stück, glaube ich. Oder 100, ich weiß nicht mehr. Und die haben halt hinten... Der einzige Unterschied ist, hinten auf dem Deckel steht halt so Biblos auf diesem Glasdeckel. Und das ist es. Das ist gar keine Wahrheit. Meine amerikanischen Freundin mir gesagt hat, das ist nicht die Biblos. Das ist die Sommer Edition. Und die Sommer Edition ist 20.000 Euro weniger wert als die Biblos. Und dann habe ich gefragt, was ist der Unterschied? Der einzige Unterschied ist, dass die Uhr hinten im Glas, innen drin, einen Bebser hat, einen Aufkleber, wo Biblos draufsteht. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ist die gleiche Uhr, kostet also wegen dem Aufkleber im hinteren Glas 20.000 Euro. Mal gucken, wie die Uhr gerade gehandelt wird. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Biblos, gucken wir mal, was kostet die denn? Ach, tatsächlich, ja. Es gibt preislich gar keinen Unterschied fast. Ist halt auch sehr speziell, ne? Ah, siehst du? Doch, da sieht man es, da hinten. Ja, da. Das ist der Unterschied. Bei Collection Le Hœur gibt es die Uhr, ja. Also wird tatsächlich auch kein Unterschied, ne? Weil die normale wird auch so für 54 verkauft, tatsächlich. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Das ist die normale Summertime und die kostet ungefähr 54. Ja, so preislicher Unterschied ist da jetzt nicht wirklich da, aber... Das hier ist die Autumn Amund Schwarzenegger. Ja, ist eigentlich eine coole Uhr. Ja, ist eigentlich eine coole Uhr. Ist eine coole Uhr. Wirklich eine massive 48 Millimeter groß. Kauft kein Mensch. Äh, warte mal, warte mal. 60 Millimeter, Bro. Schöne Uhr, wirklich schöne Uhr. Kauft kein Mensch, ne? Ich sag mal so, bei den Preisen muss man jetzt vielleicht den Markus, äh, Prinz Markus in Schutz nehmen. Er setzt sich ja jetzt nicht damit auseinander, ne? Von daher, wenn er jetzt hier sagt, okay, die Uhr kostet 60.000 Euro und wir finden jetzt hier 25. Oder von mir aus lässt es 29 sein. Ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Ist ein kleiner Unterschied, ja. Aber er prüft ja auch den Markt nicht. Ist aber eine schöne Uhr. Also kann man sagen. Ist eine schöne Uhr. Eiskalt. 60 Millimeter. Eiskalt. Nein, ist eine gute Uhr. Nein, niemals hat er 60 bezahlt. Niemals. Was ist das? Gibt es da so eine Uhrenserie? Und das ist die Legacy davor. Und dann ist es natürlich riesengroß, ne, im Vergleich zu Rolex. Nein, guck mal, ich will jetzt ihn nicht so fronten. Also vielleicht, er hat sich auch jetzt nicht so Gedanken gemacht, ihn jetzt nieder, das wäre ja nicht korrekt. Die ist riesengroß, aber Arnold Schurznerk ist halt auch ein Riesentyp. Und deswegen ist die Uhr so groß. Die habe ich in München gekauft, bei Marco in der Goldstube. Dann habe ich hier aus meiner Zuhälterzeit noch so was. Da fällt übrigens ein Steinchen, da ist ein Steinchen rausgeflogen. Passiert. Das ist eine Platin Rolex, Masterpiece heißt die. Komplett ausgefasst mit Diamanten. Ja. Muss ich aber zugeben, die ist nicht original ausgefasst. Die ist original ausgefasst, aber die habe ich damals, da war ich noch nicht so reich, habe ich mir die gekauft, in Platin, glaube ich, für 60.000 und habe die dann... Was für 60.000? 60.000 Euro für eine Platin, also wirklich, das... Na ja. Goldschmied und Fassermeister im Pfarrsheim und da war es deutlich billiger, als wenn ich das bei Rolex hätte machen lassen. Rolex bietet solche individuellen Anpassungen nicht an, also muss man ganz klar sagen. Gute Erinnerung, war meine Hardcore-Zeit damals. Dann haben wir die Skytweiler von Rolex. Sogar noch verklebt. Das ist ja also, wenn man eine Uhr anzieht, wenn man eine Uhr weg und nicht trägt, dann ist es okay. Aber wenn ich eine Person sehe, die die Sticker noch drauf hat und dann das anzieht, hier sieht man schon, dass es jetzt nicht so schön aus, also das würde ich nicht machen, ne? Haha, findest du süß, Marc, wie du versuchst, politisch korrekt zu sprechen. Das andere lese ich nicht vor. Das andere lese ich nicht vor. Wir gucken uns die nette Videos an. Was, 45.000 Euro? Naja, okay. Ich weiß sogar, wo er die Uhr gekauft hat, fällt mir gerade ein. Ich weiß sogar, wo er die Uhr gekauft hat. Weiß ich sogar. Die ist aber für eine Sportuhr... Und den Preis hat er nicht bezahlt. Aber die ist auch im Wert gestiegen und hält ihren Wert und geht wahrscheinlich noch weiter hoch. Denken die Uhr. Aha, okay. Die zwei sind natürlich die Oberkracher, ne? Rosseco und Titan. Das ist die Michael & Schumacher. Boah, die Uhr, ne? Ey, die Uhr ist also wirklich... Jeder, falls jemand das Video sieht und diese Uhr hat, Leute, verkauft sie so schnell wie möglich, okay? Die Sache ist, das ist einer der teuersten Modelle, aber die fällt so sehr im Preis. Ihr müsst euch vorstellen, für euch, gerade jetzt für euch, guck mal, ihr seht eine AP, die kostet sagen wir mal 25.000 Euro. Die andere kostet 17.000 Euro. Diese Uhr wurde mal verkauft für 100.000 Euro. Also, das macht gar keinen Sinn. Wir gucken mal gerade, wurde mal... Diese Uhr steht da schon drin seit langer Zeit. Boah, 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 boah. Die Sache ist so, es ist auf jeden Fall eine Collectible Uhr, aber an diese Stelle ist einfach Richard Müll getreten. Jeder, der eine coole Uhr haben will. Das Problem ist, die Uhr ist nice. Die Uhr ist eine wunderschöne Uhr. Aber, beispielsweise eine Rosé-Goldene für 34, ein bisschen kleiner oder eine 44, auch jetzt für 9, also so viel mehr zu bezahlen, das sehe ich nicht. Also, ich sage euch eine Sache, diese Uhr, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da preislich sich einiges noch nach unten bewegen wird. Ich würde sie direkt abstoßen. Das wird nichts mehr. Okay, die Titan Schumacher ist noch ein bisschen besser, aber er hat, glaube ich, gerade 70.000 Euro geschrieben, das... Also... Dann gehen wir mal weiter hier rüber. Hier ist noch eine, aus der guten alten Zeit haben wir hier sechs Rolex-Uhren. Das ist eine ausgefasste Day-Date. Ja, nicht... Also, erstmal ist es eine Dayjust. Das ist eine Dayjust 2. Das ist ein älteres Modell. 17.000 Euro. Also, das ist ein älteres Modell, ist eine sehr, sehr solide Uhr. Ich schätze mal, aktuell kann man so eine Uhr kaufen, mit dem Besatz so für circa... Also, wenn ich sie verkaufen würde, ich würde sie wahrscheinlich im VK anbieten für 13 oder für 12, je nachdem. Das ist eine schöne Uhr, ein bisschen bulliger als die neue Dayjust, ja. Das ist nicht ausgefasste Day-Date. Mit blauem Zifferblatt, das war mal nicht... Ja, ist jetzt kein... Also, er verspricht sich einfach. Das ist jetzt eine Dayjust mit dem eisblauen Zifferblatt. Auch schöne, schönes, schöne Uhr. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass die Leute wirklich präferieren, wenn es komplett ausgefasst ist. Ich habe auch ein paar Modelle mit diesem anderen, aber das wollen die Leute nicht. Und ich hoffe, am Donnerstag kommt das arabische eisblaue Zifferblatt bei mir in den Job. Zeit lang in. Ich glaube, jetzt momentan ist es auch wieder in. Ja, ja. Die habe ich auch vor kurzem gekauft. Das ist eine Platin-Rollex. Das zum Beispiel ist eine sehr, sehr gute Uhr. Was er hier hat, ist eine Day-Date 2. Ja, die wurde gebaut bis 2014. Da bin ich ein sehr, sehr großer Anhänger von. Diese Uhr hat jetzt hier dieses Baguetteblatt drin, auch in eisblau. Sehr, sehr schönes Modell. Preislich wird sich das auch nur nach oben. Einer meiner Lieblingsuhen, muss man tatsächlich sagen. Ich habe das letzte Mal eine verkauft für 42. Was habe ich bekommen? 42 habe ich dafür bekommen. Gucken wir mal jetzt dem Ziffernblatt. Das würde mich sehr wundern, wenn es so teuer wäre. Also realistischerweise, also für 42, ich glaube, ich habe 41 oder so. Ich weiß es, ich kann mich nicht mehr erinnern. So, mit seinem Blatt ist jetzt keine drin. Aber ich schätze schon, dass es um die 50.000 Euro ist. Ist auf jeden Fall realistisch. Hier sehen wir eins mit dem schwarzen Blatt. Also 50.000 Euro kriegt man schon dafür. Sehr, sehr spannendes Modell. Finde ich bis jetzt eine der besten Uhren. Auch mit dem blauen Zifferblatt. Sieht wirklich schick aus, wenn man einen Anzug anhat. Dann die alte Yachtmaster. Das ist jetzt, also das ist jetzt kein Problem. Er verspricht es dir einfach nur. Das ist jetzt die Submariner. In der Größe gibt es die auch nicht mehr. Zum Beispiel hier hat er jetzt den alten Preis im Kopf. Die ist natürlich ein bisschen teurer, muss man ganz klar sagen. Die habe ich auch in neu. Wo ist die denn? Ah ja, die habe ich zum Aufpolieren weggegeben. Das ist die Yachtmaster 1. Ich habe die Yachtmaster 2 auch noch. Aber die ist, wie gesagt, beim Aufpolieren. Dann haben wir hier die Daytona in Gold. Siehst du, da stimmt irgendwas mit den Preisen nicht. Das ist nicht seine Schuld bestimmt. Also diese Uhr beispielsweise für 95.000 Euro. Die wurde tatsächlich mal für 25.000 Euro verkauft. Aktuell bringt sie aber 40 bis 45. Mit schwarzem Zifferblatt. Und hier die Daytona in Gold mit goldenem Zifferblatt. Jetzt kann man geteilter Meinung sein, dass es besser aussieht. Ich denke mal, das liegt im Auge des Betrachters. Jeder hat einen anderen Geschmack. So wirkt die Uhr halt sch- Ja, und das hier ist jetzt die GMT-Eyes. Da war ja in Munich Wristbusters, hatte mal einen detaillierten Bericht auch gemacht. Und zwar geht es genau um diese Stelle hier. Dass das halt bei dem Factory-Besatz sich anders verhält. Aber gut. Kleiner. So wirkt sie größer. Aber früher war die Daytona eine Riesenuhr. Heute wirkt die schon klein. Weil wenn man jetzt die Hyplos anguckt. Hier habe ich zwei Hyplos. Ja, kenne ich mich jetzt nicht mehr aus. Die sind halt riesengroß im Vergleich zu den alten Daytonas. 25.000 Euro. Wirtschaftlicher Totalschein. Aber, ja. Man ist immer größer geworden mit den Uhren. Mit den Uhren. Und das ist auch nochmal eine Hyplo. Ah ja, Classic Fusion. Okay. Und dann habe ich hier drei AP. Okay, also das wundert mich jetzt. Also sagt er zu den AP-Uhren nichts. Oder wir haben jetzt hier noch das Plastikgehäuse drum. Und hier noch das Originale. Die originalen Sticker. Also ich hätte jetzt gedacht, er erzählt eine Geschichte, warum die in seinem Bestand sind. Vielleicht aus Wertentwicklungsgründen. Was ich verstehe. Kommt da jetzt noch was? Lass uns mal. Sonst könnte man ja denken, dass er die Uhren fürs Video dort platziert hat. Das zum Beispiel ist jetzt eine 37mm. Die war immer im Damenprogramm. Also die lief immer unter der Lady Collection. Jetzt wurde sie in die Unisex. Also auch Herren tragen die 37mm. Kann man ruhig machen. Ist schon eine größere Uhr. Liebes Modell, was die Uhr jetzt bei ihm macht in der Sammlung. Wir haben jetzt keine Damenuhren gesehen, falls seine Frau oder auch da Uhren vorhanden sind. Also, ja, wundert mich jetzt. Aber wir hören auch jetzt kein Statement dazu. Okay. Aber zu der Uhr sagt er doch was, oder? Zu der Uhr sagt man doch was. Das ist alles Panic. Ah, okay. Nein, leider nicht. Okay. Ja, also, da könnte jetzt ja jemand vermuten, dass die Uhren da zugelegt worden sind. Könnte man vermuten. Naja. Wir wissen es nicht. Wir gehen mal davon aus, dass es in seinem Bestand ist. Philipp, das sind alles so spekulanten Uhren. Die trage ich gar nicht. Die ziehe ich nicht an. Eigentlich gefällt mir Patrick Philipp gar nicht. Aber ich habe trotzdem sechs Stück. Okay. Also, derjenige, der diese Preise gemacht hat, ne? Also, vom Schnitt her ist ja so ganz nett. Aber come on, Alter, bitte. Also, die Uhr nur zum Verständnis ist halt viel teurer. Viel, viel teurer. Sehr, sehr spannende Uhr. Sehr, sehr spannend. Wurde nicht lange gebaut. 5711 in Weißgold. Also, ich glaube, die kostet gerade im Moment so die günstigste. Kostet die hier 47. Ja, 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 ja. Spekulanten Uhren. Okay. Ja, die ist auch ein bisschen teurer, muss man sagen. Die meisten habe ich gekauft hier bei, wir müssen mal gucken, hm.watches auf Instagram. Das ist momentan so mein Uhrenlieferant in Dubai. Den müsst ihr mal... Hüseyin, da war ich auch, Hüseyin Malati. ...instagramm besuchen. Der hat vor allem immer die geilsten Uhren, die man gar nicht kriegt auf dem Markt. Von dem habe ich zum Beispiel die Richard Mill, AM 1103 in Full Carbon gekauft. Sehr gute Uhr. Und die gibt es nicht. Die ist momentan auf 2,50 gegangen. Tolle Uhr. Die kostet 190.000 Liste und die geht aber überlistet. Die kostet jetzt 250.000, 260.000. Ich habe auch einen guten Preis gekriegt, ist die zweite. Die andere ist auch mit der Rolex in Aufbereitung. Ab und zu muss man die Uhr ja mal pflegen. Dann habe ich hier, wie ihr seht, noch ein paar Richard Mill. Okay. Das ist der AM 1103 in Rose Gold. Die habe ich auch in Las Vegas gekauft. 125.000. Das scheint mir ein bisschen gering zu sein, der Preis. Dann haben wir hier die Two Toe. Das heißt, an der Seite hat die kein Rose Gold. Das ist zum Beispiel jetzt eine echte. Dann haben wir hier noch meine Bitcoin-Uhr. Ihr wisst ja, da ist mein QR-Code von meinen Bitcoins drin. Da habe ich mal ein Video gemacht. Und die habe ich einmal mit Diamanten und einmal plain. Ohne Diamanten. Mehr sportlich und mehr elegant. Für 50.000 Euro? Also da kann man sich auch selber... Okay. Dann haben wir hier die Philippe Massa, Richard Mill. Okay. Und dann ist noch eine Philippe Massa. Okay. Die ist auch sehr schön. Wer macht diese Preise da? Die ist auch schön. Gerade das Material finde ich sehr, sehr interessant. Boah, der Sekundenzeiger hier. Uiuiui, der ist aber ein Propeller hier. Die Uhr hebt gleich ab. Ja, um die Uhr ging es. Das war, oder ist, die GMT-Eyes. Okay. Jetzt kommt ein Statement. Aufgrund der Tatsache, dass in meinem Haus auf Ibiza mehrfach eingebrochen wurde und immer wieder Uhren gestohlen wurden, habe ich mir Fake-Uhren machen lassen. Letztes Jahr hatte ich da eine Fake-Uhr an auf Ibiza und hatte eine zweite Fake-Uhr dabei. Als wieder in meinem Haus eingebrochen wurde, hatte der Einbrecher dann eine Fake-Uhr gestohlen. Das hat mich erst mal gefreut, aber den Stress hatte ich trotzdem. Eingeschlagene Fensterscheiben, alles verwüstet, andere Dinge wurden auch gestohlen, das Durcheinander, der Polizeireport, alles viel, viel Stress. Also ich empfehle jedem, der nach Ibiza kommt, trag keine teure Uhr, nicht mal eine Fake-Uhr, weil selbst die Fake-Uhr lockt den Einbrecher in dein Haus. Gigi Hadid, die Kardashians, alle wurden schon bestohlen. Deswegen an solchen Urlaubsorten besser keine Uhr anziehen. Man kann die Uhrzeit ja auch auf dem Handy sehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr, einer von euch, diese vier Fake-Uhren aus meiner Uhrensammlung heraus erkennt. Also schreibt es mir in die Kommentare, welche vier sind die Fake-Uhren. Ja, das waren die Richard Mill, die eine AP, diese Schuhmacher. Ich weiß gar nicht, wo ist die denn überhaupt? Also RM haben wir einmal diese hier. Bei den Nautilus-Modellen habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich bin gespannt. Und das war es jetzt mit dem Schmuck. Und ich hoffe, ihr habt Fragen, stellt mir Fragen, ich werde sie beantworten im Chat. Ich denke, ich werde noch ein paar Uhren kaufen. Es sind auch nicht alle da, ich habe noch ein paar in Europa. Und was ich euch noch zeigen wollte, ist hier meine Länge. Die habe ich früher angehabt. Das heißt dann, also acht Finger, in welchen vier und in einem anderen vier. Dann heißt, kann man das lesen, Dekadenz. Okay. Und dann könnt ihr mir schreiben in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Oder was mir noch fehlt, was ich noch brauche. Gebt mir Ratschläge. Ich bin für alles offen. Hab euch lieb. Folgt mir auf YouTube, folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Facebook. Aber folgt mir vor allem auf YouTube. Was kann der für eine Uhr noch kaufen? Er hat seit zwei Monaten nichts mehr hochgeladen. Oha. Kurz angefangen und jetzt seit zwei Wochen ist nichts mehr passiert. Seit zwei Monaten nichts mehr hochgeladen. Ja, war auf jeden Fall interessant. Ein paar Uhren gesehen, war nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.